Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gasel Story. So, lang genug gelabert. Wir haben hier letztes Mal das abgerissen, damit hier oben unser Bogenschützer alleine rumsteht, aber jetzt ist da nur noch einer, wir sollten eigentlich zwei da oben stehen haben, aber gut, so ist es halt nur noch einer, macht ja nix. Ja, diese Passion hier hinten hält irgendwie, wobei ich auch nicht weiß, was der hier gerade macht. Ich könnte den mal ins Bauteam schicken und den hier sowieso ins Bauteam. Bist du schon ein Bauteam oder was? Scheinbar. Gut, ansonsten also diese Mauer hier hinten, da wird noch ein gebaut, da wird noch ein Tor, sondern ein Tor ein entstehender und dann wird er hier so ein Durchgang. Ich glaube, das können wir mal eben schnell machen. Ne, ich brauche ich auch hier Bausklaven gerade. Achso, das ist noch eingegeben. Ja, wir müssen jetzt nur bauen, ne? Will nur gerade keiner. So, was machst du hier? Du bist sowieso die ganze Zeit schon kaputt. Ist klar. So, was können wir uns neues machen. Wir könnten nochmal einen neuen Bauarbeiter besorgen. Der kann man hier ins Bauteam, vielleicht macht der mal was. Carina, komm. Ich weiß, dass du schaffst. Oder auch nicht. So, dich hier. Ja, du bist vor allem guten Geister verlassen. Geh mal hier hin. Ja, die anderen sind wohl kaputt. Und was machst du Justin? Justin steht einfach nur hier rum. Boah, ich bin der Justin. Ich stehe nur hier rum. So, Justin, ich muss mal hier rüber. Vielleicht wird ja die Tür und sowas fertig. Das wäre ja geil, irgendwie. Was macht der Zoron? Okay. Robin, komm mal raus hier. Weißt du, was du machen? Darfst du, dass Bäume fällen? Das wird geil. Und zwar hier. Ähm. Machen wir hier eben einen Baufall-Thread. So, und jetzt bist du damit zugegangen gekommen. Wir brauchen Bäume, damit hier mal eine Tür gebaut werden kann. Das wird dunkel. Das ist ja toll. Nicht. So, unser Turm hier oben haben wir natürlich schon längst aufgegeben. Da ist ja nichts mehr zu machen. Die Bastion hält ja schon immer. Hier bauen wir uns jetzt auch so etwas ähnliches auf, was vielleicht immer halten wird. Obwohl es dann natürlich viel zu weit hinten ist, aber gut. Die haben wir jetzt ja an der engsten Stelle gebaut. Und hier müssen wir dann hier überlegen uns, was, wenn das hier fertig ist. Ja, lieber Robin, was ist los? Fällst du noch Bäume heute, oder? Oder siehst du das nicht ein? Jetzt fällt dir der Baum auf den Kopf. Ja, äh, fällig mal Bäume. Wir müssen Holz wegtragen. Achso, es ist nicht zu schräg. Da kommst du nicht dran, oder? Doch. Jetzt wird da fast vom Holz erschlagen. Habt ihr das gesehen? Okay, das stimmt jetzt da rein. Das heißt, da kann jetzt gleich eine Tür gebaut werden. Das ist schon mal sehr gut. Die Tür ist ja schon fertig. Die Tür ist schon fertig. Zoron, Bauteam. Da oben fehlt auf jeden Fall noch Wurst. Noch Wurst. Wurst, sogar. So, und dann machen wir hier vorne noch so'n Ding hin. Wir müssen die durch zwei Türen, das ist ja genauso wie auf der anderen Seite dann. Das wäre schon geil, irgendwie. Wir versuchen das noch. Also hier das hin. Und da nur ein Einzelnen hin. Ich komme gleich noch Einzelnen draufsetzen. Den hin. Und dann hier den drauf. Die haben Leute den. Ja, guck mal, das wird das schon. Das wird. So, und dann brauchen wir natürlich noch Trepsen. Trepsen hier. Da. Und da. Das wird herrlich so. Und von oben wieder reingeschossen. Ja, hier oben ist es dicht oder so. Ja, kann das sein. Hier kommt jetzt keine mehr. Ja, hoffe ich doch. Oder sind die hier außen rumgelaufen. Irgendwie, ne, können sie eigentlich nicht mehr. Gut, wenn das hier so gebaut ist, ist das relativ sicher. Da oben brauchen wir noch eine Tür drin. Ähm, ne Tür. Da hin. Okay. Das ist im Moment keiner im Siegeteam. Das ist ja echt schade. Robin, du hast genug Holz gefällt. Glaube ich, du bist jetzt der. Als nächstes gehst du in das Siegeteam. Jetzt erst mal in den Baumstamm fallen. Das ist genau. So muss das sein. So, noch 2,57 und dann ist die Zeit schon wieder rum. Da hinten geht es nur die Steine. Hier gibt es gar keine mehr. Oh Gott. Muss ich wohl echt mal wieder jemand in die Mine schicken. Hilft ja sonst nichts. Aber ich denke, so müssen wir hier die Festung eigentlich auch schon gut halten können. Naja, denken heißt nicht wissen, ne. Wir können ja den hier oben, hier sind sowieso einer zu viel, denke ich. Da können wir einmal hier runterziehen. Komm mal runter. Spark. Stark, Spark, Start, oder so. So, Ron, du gehst bitte mal hier, schon mal hier, schuften in die Mine. Genau. Ja, ist jetzt euer Problem hier. Was ist jetzt euer Problem? Ihr wisst ja auch wieder nicht, wohin, ne. Ich bin ja nichts anderes von euch gewohnt. So, die Tür ist schon mal fertig. Robin, damit kannst du auch in die Mine gehen. Tschüss. Jetzt muss hier noch ein Stein hin, dann ist das schon fertig. Das schaffen wir noch. Da kommt der Stein. So, du gehst hier ein bisschen von hier ab, so weit wie du kannst. Du bist quasi... Da kommt der, okay. Du stellst dich quasi hier hin. Du auf die andere Seite, wenn dann die Schlagsabitter weggeht. Okay, Sebi auf die Seite von der Tür. Südia auf die Seite. Und der Spark hinten auf die Ecke. Ne, das ist zu gefährlich, ne. Geh lieber mal hier hin. Kannst du auf alles schießen und dann ist alles gut, ja. So, wo ist denn der Ritter? Wir hatten auch einen Ritter hier, oder? Der steht da mittendrin. Das ist auch ganz cool. Wir können natürlich auch draußen vorstellen. Dann hätten wir allerdings keinen mehr in der Burg. Der muss den verteidigen, ist klar. Hinten müsste noch einer rumspucken irgendwo. Kommst auch hier draußen hin. Und dann sieht es für mich schon so aus, als könnte man das halten. Ja, ihr hier. Minenarbeit. Sieh zu, du auch. Minenarbeit. Wir müssen wieder neue Bauern machen, damit wir da hinten auch mal was, hier, was Nümpftiges bauen können. Meher tun wir schon mal nicht schlecht, aber irgendwie muss ja auch ein Bollwerk hin, dass er irgendwie was hält. Das ist ja irgendwie komisch hier. Und ich würde dann sagen, wir bauen das Bollwerk eher hier hin. Einfach, weil da eine dünnere Stelle zu verteidigen ist. Gut. 29 Sekunden, da kommt schon die nächste, also die erste Angriffswelle für heute. Oh, ich schätze mal. Ich will schon schief gehen, würde ich mal sagen. So, wo kommen die ersten? Ich glaube, die ersten sind die hier. Die sind die nächsten dran. Aber ich glaube, für rechts oben, das könnte nicht viel später sein. Also, glaube ich jetzt mal gerade. So, die ersten werden hier jetzt erschossen. Die spawnen jetzt hier. Schon einige. Da sind die ersten zwei auch schon down. Und wieder zwei down. Okay, läuft. Hier, die Bogenschützen sind auch da fleißig, weil die Leute umzubringen. Irgendwann werden es dann zu viel, aber dafür müssen wir hier die Handtruppen. Oh, hier kommen einige. Aber die kämpfen sich fleißig durch die beiden. Sind aber auch echt gut. Also, die halten das einiges aus hier. Zeig dich. Hallo, lass dich doch nicht an die Tür ran. Okay. Da steht einer in den toten Winkel. Fass den. Was rennt ihr nicht da oben her? Wo wollen die eigentlich hin? Egal, erschossen werden sie sowieso. Na, komm her jetzt wieder. Auf seinen Posten zurück. Da ist noch einer. In der Regel gibt es noch drei Stück. Müssen wir mal gucken, wo die geblieben sind. Also, hier sind eure Verteidiger da. Hier sind auch alle Verteidiger da. Hier auch. So eigentlich ganz gut aus, der Kampf. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Haben wir nicht verloren. Ach, da bewegen sich noch ein paar. Ja, Kampf vorbei. Kampf vorbei. Das war ja schon mal easy eigentlich, ne? So, das heißt, wir können jetzt hier anfangen, einen neuen Wald zu bauen. Ich meine, da ist ja schon, liegt ja schon einiges, was man dafür braucht. Da kann ich keinen hinbauen, wenn ich keinen hinbauen kann, da kann auch keiner durchgehen, ne? Der ist zweitief, okay, das ist doch schon mal ganz gut. Wenn das zweitief ist, dann ist das sehr hervorragend. Achso, der ist weiter unten. Ja, ich sehe das nicht genau. Der ist echt weiter unten. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall drauf bauen. So. Machen wir das mal hier dicht. So, was machen wir hier? Wir müssen hier eigentlich irgendwo ein Tor rein, ne? So. Der kann mal weg. Und dann würde ich sagen, der kann auch weg. Dann kommt das Tor hier hin, nämlich hin. Geht das? Das geht bestimmt, weil ich das hier so hoch baue. Und hier bestimmt ein Tor reinbauen. Ist überhaupt keiner in deinem Bauteam gerade, ne? So. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal hier ins Bauteam rein. Also. Woher seid ihr abgeliefert, wenn ihr abgeliefert hast? Bauteam. Wenn ihr abgeliefert hast? Bauteam. Wenn du abgeliefert hast, bauteam. Bauteam. Ihr müsst bauen. Ihr habt jetzt genug Steine. Hier standen ihr. Zack, habt ihr alles wieder vollgekommen. Ist doch gerade alles noch leer. So. Wo bist du denn jetzt? Komm her. Bauteam. Alles Bauteam. Alles gut. So. Weiter geht's. Wir brauchen einen neuen Scharfschützen bestimmt. Den positionieren wir mal eben kurz hier. Den Lone Smile. Und wir brauchen Schwertkämpfer eigentlich ausgebildete. Wo sind die denn? Ah. Einer wäre fast fertig. Gut. Oder auch nicht. Wie man es nimmt. So. Wir wollen hier Steine bearbeiten. Das heißt, der hier. Der ist immer noch im Weg. Aber ich weiß nicht. Nee, ist nicht im Weg. Quatsch. Der ist im Weg, weil wir bauen ja hier ein neues Haus. So. Ah ja, gut. Haben wir ja schon. Und über drüben gibt es da eine Wehranlage. Ist das Höhnen versetzt oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Hörer da. Okay. Wenn es ein Hörer ist, dann müssen wir eben hier wieder einen drauf sitzen. Dahin. Dahin. An die Ecken auch. Ich bin so müde. Verstehe ich gar nicht. So. Und jetzt den da hin. Und damit ist noch eine Leiterbau natürlich, um da hochzukommen. Holz. Holz ist hier. Und da war das denn? Gibt es nur Klang oder was? Das kann nicht sein. Hier und da gibt es das. Und da gibt es zum Beispiel Leitern. Die kann man zum Beispiel bequem hier so hin machen. Und auch hier so hin. Aber gut, dann bauen die nicht. Wir brauchen schon eine vernünftige Treppe. Ach ja, da war ja was. So. Oh, jetzt habe ich den hier gemacht. Hallo. Egal, diese Leiter wird halt gebaut. Gut. Dann bräuchten wir noch eine Treppenanlage, habe ich gesagt. Einmal da hin und einmal da hin. Und jetzt zum Arbeiten. Ich treffe da hin. So. Boah, ich bin so müde. Ich verzeihe, dass ich heute nicht die volle Leistung bringe. Und nicht so viel aufhinein, sondern nur so ein bisschen. Aber sonst muss ich leider sterben. So. Tür können wir eigentlich schon rein machen. Aber können wir noch offen lassen. Ist egal eigentlich. Denn noch können wir die eh nicht verteidigen. Das ist mein neues Bauwerk auf dieser Seite. Ich denke, von der Schmalheit her ist das schon viel besser als dieses lange Ding, was ich bauen musste. Ja, und dann habe ich eigentlich mein Reich schon relativ groß mit einer großen Burg hier. Das ist schon ehrlich. Also, die Burg ist natürlich sehr schön. Das Nüttor ist schon gut bewacht. Aber auch jetzt hier das Ost-Tor hat einiges an Aufstockungen erhalten. Ja, alleine hier das West-Tor, also das Nord-West-Tor, das muss noch irgendwie verbessert werden. Da müssen wir mal gucken. Aber das ist ja auch erst vor kurzem jetzt gerade angefangen. Jetzt stehen schon hier Leute rum und können nichts mehr machen. Ähm, ich weiß nicht, was die da machen, warum die das machen und, äh, hast du nicht gesehen. Gut. Ähm. Irgendwie arbeitet gerade keiner mehr. Was ist mit dem hier? Was geht denn mit euch? Alter. So, beide einmal runterkommen und dann beide wieder den Handwerker zugewiesen. Gucken, was ihr jetzt macht mit euren Stein. Gucken, was ihr denn?